gewählten Anni mit das brauchst du je immer bitte hast du die Baja viel Spaß ich hol mir ne Truhe ich komme nein 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 die Legende ich stell mich für dich auf wenn ich sterben kann nicht vor ihm gehen sonst stirbst du geh weg geh weg jetzt hab ich's auch nur noch ich hab kein Axt ey ah fuck guckst du mir grad zu okay bei mir dieses zuguckezeichen ist nicht mehr da bei mir immer das ist komisch und da ist irgendjemand weiter ja schwarzes Schild oder nicht alter oh jetzt fast getroffen ja ich hab den Farbenbomber ich hab den anderen Legende am Start ich bin doch Sniper eine Legende eigentlich wenn du es weißt schwarze jetzt hab ich ich muss Begnüß mal schock schock bitte 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 ich krieg einfach weiter geschafft er hat mich gelassen er hat einfach Griffgranaten reingeschmissen die der du komm wir liegen doch Waffen du schwarzen der hat eine Waffe doll ich wusste es gar nicht headshot muss man hier mein blaues Jagdgewehr gleich holen aber zuerst mal nachladen ist wichtig nachladen ist wichtig dann gehe ich hier durch ich weiß dass es da ist dann gehe ich hier hoch mach noch einer noch einer es ist zwar richtig schwer weil ich alleine bin fertig geheilt cool zwei leute wieder mal headshot ja hier ist es brutal auch wenn wir hier passiv spielen diese waffen brauchen nicht die ich dahin gedroppt habe die beiden leider nicht ich damit richtig stress kriege weil damit ist es nicht du warst nicht mal lang online ich habe nur einfach nein bei mir bei mir ist es so ich habe alles umgestellt so ein das mal wenn das die leute mir keine nachrichten extra damit senden das ist das ist weil das nervt und stream ich habe ich habe ich habe keine ahnung ich weiß nicht ich gucke es gerade ja nicht ich guck mal extra auf mein handy ich guck mal extra auf mein handy ja boxing man 1 normal ganz normal ja boxing man 1 genau ja danke pass auf dass du nicht zum beispiel du kannst auch schreib auch danach einmal auch boxing man und dann guck mal nach bei boxing man weil das ist mein bruder mit irgendwas mit 30 abos immer da ja jetzt gehen mach mal das 1 weg ja ja die 1 weg vom boxing man 1 dann klick fertig dann guck doch da gibt es ein boxing man mit 3 abos oder sowas und es gibt es ein boxing man mit irgendwas mit 40 abos das ist dann mein bruder mein bruder dann natürlich besser ist aber nicht mein kill rekord schaffen kann mein bruder macht immer ganz wenig kills siege das ist weißt du weißt du was ich habe kopfschmerzen was ähm das ist ein schwarzer ritter hast du also ein schwarzer ritter logo kanal beim kanal das richtig denn das ist mein bruder das ist mein bruder ich habe einen love ranger einfach voll witzig oder weil love ranger ist mein lieblings skin und war mein erster skin ja er ist auch er ist eigentlich auch richtig gut das abonnieren auch äh er ist nur besser in wins als ich aber ich bin besser in kills als er zu verstehen das heißt wenn du mit mir spielst ich bin der killer und wenn mein bruder spielt dann ist er eigentlich durch und spielte auf win immer spielt immer auf win mit ihm ist es dann perfekt die abwechslung wie ich und er weil ich mache immer ähm sehr viele kills dann lasse ich meinen bruder und dann spielt er auf wie heißt es doch mal win dann habe ich einen holen eine hohe killanzahl mit ihm dann wieder ich habe sechs kills oder ich hasse dich so ich wollte gerade nur richtig das trinken so weiter geht's halbautomatische sniper headshot one hittet mich nicht cool hat das jemand im auto er ist ausgestiegen ehrenbruder er geht nicht weiter komm das auto bitte ist das doch das auto da also er ist wenn er jetzt nicht so ein bursch versteckt wo ist er denn ist er denn ist er denn ist er weiter gegangen oder was ich weiß hinter welche da nein das war so close brudi ich kann ich kann perfekt einfach ziehen weg 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 alle sind weg immer auch wenn ich acht bin was hast du gesagt was ist da ohne ja okay wie lange ähm sagt die dann da warte wie viel ist das grad es ist 11 25 45 minuten ja es ist gut ich weiß ich dachte da wäre schon einer weil das teleskop nervt richtig wieder auf dem berg das ist ja ja und dann auch wenn ich fertig bin dann ähm kann können wir weiter zusammen spielen also ich muss die ganze zeit von der sonne laufen es nervt so hart und froh mir direkt sind doch Magik und wieder fast getroffen die sind einfach nur so 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 ich sehe im sturm fast gar nichts ich hasse den sturm ich sehe gar nichts im sturm verdammter sturm ich hasse den sturm hatte jetzt habe ich ja kein material ich konnte es nicht sehen alter schwede der sturm nervt mich so hart schon schon länger der kommt ich komme mir einfach nicht hoch ich habe wieder keine materialien ich kann ja nicht nur komplett hier ist nur ein baum den ich abbauen kann um hier hoch zu kommen halt 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 ich habe dabei sich Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, wieder der Sturm. Alter, ich halte es nicht mehr aus. Langsam. Der Sturm nervt die ganze Zeit. Ich kann ja nicht mal mir Medikit mitnehmen, weil es schon Sturm kommt. Alter. Das ist doch nicht, das ist doch, mein Medikit, jetzt habe ich da mein Medikit. Und ich konnte mir das nicht mal zurückholen, weil die Scheiße los ist. Ich bin grad richtig bald. Ich bin grad richtig bald. Ich hasse dieses Game und dann auch Schluss, hä? Okay. 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 die ganzen spieler ein aufrichtig krank weggestockt und jetzt große frage ich wusste jetzt in die sonne stimmt und ich habe hinter mir ganz richtig hinter mir angst sterben da sind die letzten zwei wirklich da sind die letzten zwei das heißt hinter mir ist niemand mehr cool was sitzt jetzt ist niemand mehr außer die außer die vier da hinten ich hab die eliza-agenten noch ein paar mit uns erst mal jetzt in die sonne kommt ist selbst noch steht in dieser unkommission die heute sind tot kommt 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 die sohn wird sonst verschlingen ich bin ich bin der einzige der in der sonne spurt sind die ganzen heute sind die zeigte ich zeigte ich ist wehrung zeigte ich zeigte euch welche ich noch umbringen jetzt stumm kann von der seite ganz klar das auch noch da ist irgendwo der kuh wo ist er denn der blub die snipen alle da hier da hinten irgendwo da hier was ist da hier da hier da da Ou Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Schönen matt. Er muss hier in diesem kleinen Bereich sein. Der zeigt sich nicht. Kann auch da drin sein? Kann überall grad sein. Kann noch gut werden. Bitte ist sie der Typ. Hier ist er auch nicht. Wo ist er? Wo ist er denn? Warte. Ja.